Er kommt auf, bei der Freilich-Saison, also bei den aktiven Kommentaren. Er kommt auf, bei der Freilich-Saison, also bei der Freilich-Saison, also bei der Freilich-Saison, also bei der Freilich-Saison. Unterweinsung. Ja, wir sind auf ein einmal neuer Red-Saison-Saison an der Freilich-Saison, also bei der Freilich-Saison-Saison. Wir sind am 1. verstanden, brem, PKW in Hecke, wir sind erst mal alleine aus, sind zum 1. Status 3, klack. Schicksal, schicksal. Das ist ein Pkw, Wassernahmestelle, Unterführer dran. Verteiler nach einer B-Linke in die Mitte ist das Angriff. Mit dem 1. C-Roll über die linke Seite zur Brandbekämpfung vor. Das ist ein 1. C-Roll über die linke Seite zur Brandbekämpfung vor. Das ist ein 1. C-Roll über die linke Seite zur Brandbekämpfung vor. Wie ist das nicht hoch? Zur Zeit kommt da hinten auch aus dem Auto schon Wasser raus. Wir haben da 1.600 Liter mit. Aber diese 1.600 Liter reichen bei Weitem nicht, um das Auto auszumachen. Deswegen sorgt jetzt ein Druck dafür, mit weiteren Schleuten hier vorne, dass wir auch noch Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz kriegen. Auszumachen gesehen. Da ist ein Auto für leise oder die Zeugen hier auch noch auf dem Wasser auszumachen. Wir haben hier auch mit Tempo dabei. Mega Licht. In Holland, das ist eventuell nervös, durch die Befüge wie Rassamaar, ich möchte bitte Wasser hier vorne. Wassertruf einsatzbereit. Wassertruf mit dem zweiten Zehrer, die rechte Seite zur Brandbekämpfung vor. Wassertruf zur rechten Seite zur Brandbekämpfung vor. Was ist der Robus am Arsch? ...dreihundert-Sieger pro Minute, also dreihundert-Milch-Packung, die wir da pro Minute mit einem kleinen Rohr zum Ausdrucken. Bei den Abatmen, denken wir auch wieder andere Menschen, die dann auch den 400-Sieger so ausdrucken. Aber da ist ein Druck, wenn man da auch ein bisschen größer ist, dann ist festgehalten. Der zweite Club, der jetzt auch von vorne wird jetzt ein Rohr aufreißen. Und das Fahrzeug ist nicht möglich. Der Raub wird ein bisschen weniger. Das Auto wird immer versäuberer. Aber das Rumpf ist über hier vorne. Das reichen wir noch nicht, aber wir haben ganz gleich gewalt. Der kommt auf. Bei der Freiwilligsteuerung, also bei den Aktiven, die kommen erst noch von zu Hause. Das heißt, dass man alle, wenn es jetzt so einen kleinen Kiefer im Endeffekt, das Gerät von der großen Rettungsplattform, dann kann da ein Rettungsplattformen, dann kann da ein Rettungsplattformen schicken. Und wenn ich mich nach Hause auf der Kauf bin, dann sage ich Ihnen, wie es gerade ist, dann kann man hier zur Steuerung und in die Klamotten und in der Frau nicht sein. Ski-Dub5. Klamotten und in die Klamotten und in die Klamotten und in die Klamotten und in die Klamotten. Und dann kann ich mich nach Hause aufreißen. Und dann haben wir hier zwei Patienten aus. Bis zum nächsten Mal.